Wir sind hier auf der Geburtstagsfeier von Hassan Anuri. Er feiert heute seinen 40. und hat bekannte Stars angeleitet. Und zwar D-Flame, Afro, Is und Me. Und viele, viele andere Gäste mit dahinten feiern. Wir feiern heute seinen 40. Geburtstag und gucken mal, was auf uns zukommt. Die stolzen Stadt der Krieger, Stadt der Kreativen und Stadt der Sieger. Ich liebe den Gott. Hassan, was wir wirklich, wirklich an dir lieben. Gar nichts. Gar nichts. Aber du weißt, was du an uns hast. Wir lieben dich. Wenn du Freunde wie uns hast, braucht es nicht. Wir lieben dich, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ein wunderschönen guten Abend hier, die drei von der Tankstelle. Alles Gute zum Geburtstag, für dich, Baby. Du bist der Beste. Ja, ich lieb. Happy Birthday. Wir representen Frankfurt TV. Frankfurt kann groß sein, dass so ein Mann wie er in Frankfurt ist, weil Hassan ist ein Connector. Er ist in ganz Deutschland, mit ihm bringt Leute aus ganz Deutschland zusammen. Er ist ein loyaler Junge, er steht zu dem, was er macht, was er sagt. Titsch, wenn du in Hamburg bist, Hassan Anubi, ja, der aus Frankfurt. Wenn du in Berlin bist, Hassan Anubi, ja, der aus Frankfurt. Wenn du Stuttgart bist, egal wo du bist in Deutschland, jeder assoziiert Hassan Anubi mit Frankfurt und Frankfurt mit Hassan Anubi. Deshalb ist es nur richtig, dass der Junge seinen 40. Geburtstag für Großfeier und mich eingeladen hat. Okay? Boom, 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 boom. So, Titsch. Alles Gute zum Geburtstag, Hassan, hier schon hat mich jetzt ein bisschen Beatboxen. Das ist ein bisschen beatboxen. Hatte ich ein bisschen beatboxen. Hallo! Also der beste Tisch hier auf der ganzen Party wünscht ihr alles, alles, was uns zum Schluss sagt. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday dear Hassan! Happy Birthday to you! Feliz Cumpleaños! Muchas gracias! Auf Wiedersehen!